Einen wundervollen guten Tag, herzlich willkommen zurück zu Express. Heute nicht mit Express, haha. Heute geht es um Helmet. Helmet ist eine kleine Anwendung, beziehungsweise ein kleines Add-on für euer Express, für euren Server, damit ihr das Ganze ein wenig sicherer verpackt und integriert sich wirklich nahtlos in Express rein. Ist quasi ein Add-on für Express und dementsprechend wird es auch verwendet. Ähm, wir machen hier einfach mal ein Const Helmet ist gleich Require von Helmet, wer hätte es gedacht. Und hier unten, da wo wir die ganzen Uses haben, beziehungsweise theoretisch auch schon direkt hier oben, wo wir die App definiert haben, können wir einfach sagen App.Use, das ist auch eine Middleware, da geht einfach alles im Vorfeld durch, was mega geil ist. Ich erkläre gleich noch ein bisschen genauer, wie das funktioniert. Ähm, das machen wir hier. So, Helmet, fertig. Okay, ähm, was wir jetzt natürlich haben ist, wir haben Helmet noch nicht installiert, das heißt, wir müssen es einmal ganz kurz installieren. Ist klar, ähm, dementsprechend haben wir hier ein, ähm, okay, ja. Ähm, wo ist es? Jetzt hat sich das doch tatsächlich vorher installiert. Egal, ähm, haben wir das hier? Nein. Okay, also was wir gemacht haben ist im Endeffekt ein NPM Install Helmet, dann, das war es auch schon tatsächlich und jetzt ist das einfach in unseren Abhängigkeiten drin. Ähm, und wir sehen hier unten Helmet Version 4. Punkt 6.0. Es ist schon da, es ist alles fertig, es ist schon integriert und wir müssen nichts weiter tun, außer einmal kurz App.Use von Helmet aufzurufen. Jetzt, was genau macht eigentlich Helmet? Also, rein code-technisch seid ihr hier schon am Ende. Aber wir wollen natürlich trotzdem kurz uns angucken, was Helmet macht. Denn Helmet ist eine, ein kleines Add-on, wie gesagt, für Security. Das heißt, ihr definiert quasi für euren Server extra Security-Maßnahmen. Ähm, aus der Code-Perspektive passiert hier folgendes. Jeder einzelne Request, der hier reinkommt, das wissen wir ja schon, geht durch die Middlewares durch, von oben nach unten. Wir haben hier keinen Pfad definiert. Das heißt, App.Use greift egal, was für ein HTTP-Method wir benutzen. Das heißt, egal ob Get, Post, was auch immer. Ähm, völlig egal. Alles geht durch Helmet durch. Und die Route ist auch völlig egal. Das heißt, egal, ob es an Root steht, also Slash, oder ob es an, ähm, Users Manfred steht. Es geht durch Helmet durch. In jedem, jedem Fall. Helmet schaltet sich da einfach immer zwischen. Und Helmet wiederum ist eine Anwendung, die uns das Ganze ein bisschen abnimmt. Und ich habe hier mal ganz kurz die Definition ein bisschen aufgemacht. Dann kann man das Ganze theoretisch auch noch ein bisschen genauer konfigurieren und so weiter. Die Standard-Konfiguration ist hier aber zumindest mal ein sehr, sehr guter Anfang, wenn ihr das machen wollt. Zunächst mal, wir definieren uns die CSP, die Content Security Policy, im Header direkt. Das macht eben einfach Helmet für euch und ihr müsst nicht weiter drüber nachdenken. Ähm, die CSP ist im Endeffekt, ähm, wie euer Content eigentlich, ähm, ja, geliefert wird. Dann haben wir hier das X-Powered-By. Das wird einfach entfernt. Bislang hatten wir es immer so, ich schaue mal kurz, ob ich den Request noch offen habe. Ähm, na, hier in den Headers haben wir es. X-Powered-By, genau. X-Powered-By, da steht immer einfach Express dran. Das wird hier von Helmet tatsächlich von Hand einfach entfernt. Warum? Naja, ganz einfach, weil dann die Leute wissen, wenn ich jetzt hier zeige, ey, seht ihr ja, das hier steht in meinen Headern, dann weiß ich direkt, ah, okay, Express wurde benutzt. Und wenn ich weiß, Express wurde benutzt, dann kann ein Angreifer potenziell auch sehen, ähm, okay, Express hat gerade die und die Schwachstelle, beziehungsweise vielleicht läuft ja ein alter Server, ähm, der vielleicht eine alte Version von Express verwendet und der hat die und die Schwachstelle. Das heißt, ein Angreifer kann viel, viel leichter, viel, viel automatisierter auch Angriffe gegen eure Website fahren, wenn er diese Informationen hier hat. Dementsprechend eine gute, ähm, Methode hier das Ganze einfach nicht darzustellen, sodass es halt den Angreifern einfach schwerer gemacht wird. Dadurch fällt uns wiederum auf Serverseite das Bannen leichter, wenn hier zum Beispiel wirklich ein Bot kommt und mehrere Millionen Anfragen schicken muss, um rauszufinden, was für eine Schwachstelle bei uns funktioniert, dann können wir das leichter machen, wie wenn er einfach nur alles, was für Express irgendwie an Schwachstellen existiert, durchprobiert, das sind vielleicht nur ein paar hundert. Okay, das heißt, er braucht sehr viel länger, um hier zu einem Ziel zu kommen. HSDS ist die, ähm, Strict Content oder Strict Transport Security, ähm, das heißt, man, man, ähm, fordert sozusagen, dass die, ähm, TLS-Verbindung auf jeden Fall steht. Dann, ähm, IE NoOpen ist eine Option, die für die X-Download-Options festgelegt wurde. Ich hab dazu alles schon mal in dem Video separat behandelt. Ähm, im Endeffekt NoCache, ähm, fördert oder ist im Endeffekt, dass wir die Kontrolle über den ganzen Cache, ähm, bekommen. Dann NoSniff bedeutet im Endeffekt die X-Content-Type-Options, äh, festzulegen, ähm, FrameGuard und vor allem, und das ist das Allerwichtigste hier, also FrameGuard und XSS-Filter sind die beiden Dinge, die einmal hier gegen Click-Tracking-Schutz bieten und gegen Cross-Site-Scripting-Schutz bieten. Und ja, das hört sich jetzt alles nur sehr, sehr dürftig behandelt an. Das ist auch alles sehr, sehr dürftig behandelt. Ich hab eine komplett eigene Playlist, einen eigenen Kurs zu all diesen Schwachstellen hier, warum man das auch definitiv haben sollte. Wenn ihr mehr dazu wissen wollt, dann schaut da definitiv rein. Ähm, Cross-Site-Scripting-Filter einzubauen ist einfach mega geil, weil das wirklich selber zu machen, ist halt so viel Arbeit. Und es gibt immer wieder Leute, die da eine neue Möglichkeit finden. Es gibt wahnsinnig viele Möglichkeiten, diese Filter zu überwinden. Und wenn jemand das eben für euch pflegt, das heißt, wenn Express das für euch pflegt, dann ist das schon mal sehr, sehr angenehm. Warum es nicht standardmäßig drin ist, ähm, ist, ja, ähm, leider im Endeffekt, weil manche Sachen dann halt ein bisschen schwieriger werden, beziehungsweise vielleicht nicht mehr ganz so ohne Probleme funktionieren. Aber grundsätzlich solltet ihr eher schauen, dass die Sachen trotz Helmet funktionieren und nicht ohne Helmet funktionieren. Ja, ähm, also wenn ihr wirklich was braucht. Ähm, wir haben hier noch mehrere Möglichkeiten sozusagen, uns das Ganze hier ein bisschen, ähm, zu definieren. Wir sehen hier zum Beispiel mit Cookie-Session kann man arbeiten, aber dazu kommen wir später noch in anderen Videos. Das ist erstmal so die, das Grundgerüst, was ihr auf jeden Fall verwenden solltet. Und wir sehen hier, ich kann hier trotzdem noch all meine Requests ganz normal durchführen. Das heißt, hier im Body bekomme ich immer noch meine Antwort rein und ich bekomme hier immer noch das Bob12345. Was wir hier allerdings jetzt haben, sind mehr Header, ja. Wir haben hier mehr Header drin und das sind einmal eben diese Security-Header. Das heißt, wir sehen hier einmal Content Security Policy ist eben hier gesetzt worden. Dann XDNS Prefetch Control, ähm, X-Frame Options, also das eben Same Origin nur erlaubt ist. Dann Download Options, No Sniff und so weiter und so fort. All diese Dinge werden von uns jetzt automatisch unterstützt. So, lang geredet. Ähm, wenn ihr mehr wissen wollt, wie gesagt, ähm, die Web-App-Security-Reihe. Und wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Ciao.